Ich liebe diesen Job! Es wird nie langweilig... Also die springen von hier aus. Das erklärt natürlich einiges. Und tot. Ich werde die Jungs zu spät. Okay. Und weiter am wenigsten. Unfröhlich vom Deckel zu Deckel. Ich hasse die. Ganz netter Schutz, nur bringt er nix. Daumen gesichert! Das da oben ist die Brücke! Mir nach! Los, Kuben! Nicht schlapp machen! Okay. Das Ding ist kugelsicher! Wir versuchen es durchs Glas! Ziel erfassen! Wir zippern da Treppe! Hänger auf den Zwischendeck! Hohenladungen sind bereit! Reiko, passen Sie auf, wie die 6-4 das machen! Sind Sie bereit, Pilot? Bereit! Das bin ich! Durchbruch! Durchbruch! Sauber! Da! So macht's man das! 6-4 zu mir! Cooper! Zur Konsole des Kettens! Deaktivieren Sie die Geschütze! Yes, Sir! Aus mit dem Scheiss hier! Dankeschön! Dankeschön! Verstanden, denkt ihr! Cooper, die Brücke ist immer noch unter ihrer Kontrolle! Bringen Sie die Malta mit ihrem Datenmesser hinter die Drakonis! Barker, bringen Sie Betin zurück zu Cooper! Alles klar, wird erledigt! Festhalten, Blechmann! Alle Rufzeichen! Erledigt eure Gegner und kommt zur Drakonis! Los geht's! Hochziehen, Coop! Das ist zu tief! Dann sind wir hoch! Jetzt lieg ich gut, oder? Das ist ein Trakentrupper! Hab lang genug auf ihn aufgepasst! Mein Beat! Los geht's! Cooper, wir geben Ihnen von hinten Deckung! Sichern Sie das Deck und dann ab zur Drakonis! Alles klar! 2-1, Striper Simulation! Ihre Reise endet hier, Pilot! Der Himmel gehört mir! Es ist kein Entkommen und kein Verständnis! Wenn es sein muss, reiße ich den ganzen Himmel ein! Ja, ich kann nicht... den Schutz nicht brauchen! Ist nicht gewechselt, super! Ist nicht gewechselt, super! Ist nicht gewechselt, super! Sie alle! Können Sie nicht fuchen! Nicht ohne Freunde kämpfen! Diese Feige! Was ist maulich in der kahle? Das ist was zertipp! Nicht ohne Freunde! Ich hab dich in der Kiste! Wir bringen jetzt in der Höhe gegen die Höhe! Wir werden jetzt in der Höhe! Wir werden jetzt in der Höhe! Wir werden dich in der Höhe! Wir werden nach hinten! Wir werden mich in der Höhe! Ja, wir werden dich in der Höhe! Unsere Grenze! Das sind Kiste. Ich bin jetzt in der Höhe! Wir werden noch nicht mehr auf! Aber ich habe mir! Hau dich jetzt weg! Entschuldigung, wieder. Na dann. Wirf mich, mein Großherr. Wirf mich. Letztes Mal. Oh shit. No shit. Nein. Still! Da. Scheiße. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Zuku verloren. Brauche Deckung. Brauche Deckung. Cooper, ziehen Sie auf das Cockpit. Ich bin dran, ich bin dran. BT, bist du okay? Linker A war getrennt, aber ich bin weiterhin funktionsfähig. Das Schiff verliert schnell an Höhe. Es kommt auf uns an, Cooper. Hier unten. Na dann. Vorsicht, das Zeit. Alle werden die Wettbewerbschaften. Nähern uns Ladesicherheitsbehälter. Okay, 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 okay. Die hauen alle ab. Der Behälter ist zu groß zum Tragen. Wir müssen improvisieren. Was tust du da? Ich komme nicht an die Lade heran. Cooper, Sie müssen mir helfen. Na dann. Schick mich rein. Geh mir dieses kleine, schöne Schätzchen. Und? Wir müssen vom Schiff runter. Uns läuft die Zeit davon. Los. Los. Wir entlang, Cooper. Nein. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Schaut die Lade hier raus. Negativ. Sitzen in der Falle. Was machst du? Protokoll 3. Ich werde nicht noch einen Piloten verlieren. Achtung, aufprall. Scheiße. Blisk, Ihre Probleme interessieren mich nicht. Sobald Sie die Lade geliefert haben, wird Ihr Honorar wie vereinbart von der IMC überwiesen. Halten Sie einfach mein Geld bereit. Ich bringe Ihnen Ihre wertvolle Fracht, Sie nutzen unser Idiot. Hey, Titan. Mach endlich auf und gib mir, was ich will. Sprachbefehl. Nicht erkannt. Ich reiß es einfach auf. Ist so riskant. Die Lade ist instabil. Hör zu, du Held. Du hast, was das mir gehört. Und das will ich wiederhaben. Los. Sag deinem Titan, er soll das Cockpit öffnen. B.T., mach die Luke auf, wenn der Kerl tot ist. Sie spielen immer noch den Held. Was? Dieser Vertrag bedeutet eine Menge Kohle für mich, mein Freund. Sagen Sie Ihrem Titan, wenn er nicht aufmacht, jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Pilot in Gefahr. Okularsysteme. Marginal. Kann Pilot visuell nicht erfassen. Hoch mit ihm. Siehst du ihn jetzt? Genau hier. Genau hier. Ja? Siehst du ihn jetzt? Funktionen gestört durch schweren Aufprallschaden. Mir ist scheißegal, wie kaputt du bist. Ich weiß ganz tief drin, funktionieren noch ein paar Dinge. Mach endlich auf. Oder ich jage deinem Piloten eine Kugel in den Kopf. An Zahlen erinnerst du dich noch, oder? Ich zähle jetzt bis drei. Eins. Zwei. Zwei. Und? War das jetzt so schwer? Tja, das ist das Problem mit Teams. Du gewinnst gemeinsam, oder du stirbst gemeinsam. Ausweisung! Versteh mich nicht her! Oh shit. Ich war um eine Waffe. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Nein. Nein. Lass er versuchen. Gute Nachwarn. Hey, schaffen Sie die Lade hier weg. Wir haben keine Zeit mehr. Nein. Dafür wirst du büßen. Deinem Leben. Biti. Mein Biti. Huber, hierher. Huber, ich kann die Mission nicht mehr fortsetzen. Aber Sie können es. Nehmen Sie das Ziel, Kind. Es ist Ihre Beste. Chance zu überleben. Ich bin Glück. Huber, έχ. Huber, höh. Selbst im Tod rettete er mich noch. So. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Komm, zeig mal, Mann. Komm, zeig mal, Mann, wo ich zum Teufel hin muss. Okay. Ich habe etwas, aber es ist schwach. Ich kann es nicht bestätigen. Commander Briggs, ich empfange einen Datenkern. Das Signal ist schwach. Haben Sie die Koordinaten? Signal verstärken. Ich muss sie erreichen. Ich töte mir jeden Scheißdreck von euch. Jeden elenden, beschissenen Scheiß-Saltaten. Cooper, bitte kommen. Over. Ich hasse euch alle. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Hier ist Commander Sarah Briggs. Schreit wieder zurück. Sie müssen zur Brücke einen Klick nachfliegen. Sie sind unsere einzige Chance, das Blatt zu wenden. Unsere Flotte nähert sich der Faltwaffe. Hier kommt es. Noch ist es nicht vorbei. Nein, das ist es nicht. Ich würde diesen Scheiß-Arsch-Guy-Ding gar rausmachen. Mein Beatty stirbt. Ihr alle sterbt. Jeder einzelne Scheiß-Drecks-Saltat. Jeder Offizier, jeder Anführer, jeder Bot. Ich kann mich nicht um jeden Dreck kümmern. Ich spreng die Scheiß-Nahre in die Luft. Entferne den Datenkern und bereite ihn für den Titanfallfall. Ich krieg dir nicht. Ich komm hoch. Cooper, Ihr Titan steht bereit, wenn Sie so weit sind. Bereit machen für Titanfall. Ich bin bereit. Für einen neuen Titan. Lass mich rein. Hallo, Jack. Er ist doch nicht tot. Ist das derselbe Titan? Alter Luck, derselbe Datenkern. BT-7274 einsatzbereit. Zeit, unsere Mission abzuschließen. Ich bin bereit. Ich hab vorhin vielleicht ein bisschen überreagiert und bin ein oder anderen getötet. Aber wir bleiben trotzdem dabei. Ich töt alle. Und los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017